Diese Waffe reichen ins Gebote. Auf einem Bein stehen, mit dem anderen Bein, Achterkreisen, mit weiterer Wollen der Hand und die Bewegung weiter ausüben. Es zu leicht ist, oder wie eine Steigerung dazu, eine Wackelbrett oder als Hoferkissen, einfach eine wackelige Unterlage, wie beim Skifahren, da haben wir es mal eisig, mal weicher, mal unbeweiger, da muss man sich auch jetzt schon da vorbereiten.